So meine Freunde und willkommen zurück zu Battlefield 3 und weiter geht es. Wow. Jetzt gehe ich euch schon mit voller Action. Geht es weiter. So, aufgeräumt. Jetzt geht es bestimmt hier oben weiter. Achso, die sind unten weitergegangen. Auch gut. Boah, jetzt hatte ich aber gerade ganz schön lecks. Nein, das will ich da jetzt nicht nachladen. Das will ich nachhauen. Schnell, schnell, schnell. Okay. Auf geht's. Ah, das war mein schönes Ding. Ja, Mann, Mann. Ja, Mann, Mann. Das ist es. Sie sind oben. Eigentlich habe ich meistens das Gefühl, dass ich wirklich die ganze Arbeit hier alleine mache. Also, glaube ich jedenfalls. Ja, seht ihr ja, ihr Bitches. Wie ist er hier unten lang? Leute? Wie zur Hölle? Oder war ich schon vorher angeschlagen? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Hm, gute Frage. Ich bin jetzt aber ganz schön oft gestorben in der ganzen Kampagne. Bis young. So, nochmal die Waffe aussehen hier wieder. So, so, weiter, 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 weiter. So, nachladen, so, und weiter. Immer langsam. So, weiter, 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 weiter. Woh? Oh. Ich bin schon wieder hier reingegangen. Blödsinn, kann nicht sein. Wie sollen drei Männer das schaffen? Seht ihr ja? Ja, hier war ein Eingang. Ja, hier war ein Eingang. Wo, wo, wo? Jetzt Penner. Ey, Mensch. Was willst du denn machen, wenn du von allen Seiten beschossen wirst? Und bei diesen dunklen Räumen? Mann, Mann, Mann. Das ist ein Ding, du. So, dritter Versuch. Mal wieder. Los. Tür auf. So, jetzt gönne ich mir wieder die Waffe. Der Rest ist kacke, den braucht keiner. Kein Plan, was das für Waffen sein soll. Ich laufe. So, mal sehen, ob wir es jetzt schaffen. Diesmal laufe ich da nicht dran. Kurz warten. So. So. Siehst du sie? Nein, noch nicht. Ich hörte, sie wären zu dritt. Blödsinn, kann nicht sein. Wie sollen drei Männer das schaffen? So, da hinten war ein Eingang. Den nehmen wir uns jetzt. So. 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 Und jetzt geht's zurück. Oah, Junge. Ersta trucs regenerieren, regenerieren, regenerieren. Regeneriert auch wieder! So. Endlich. Weiter, weiter. Wow. Soll ich erst, wenn die durchs Feuer gehen wollen? Okay. Boah, Alter. Okay, Lee, er will starten. Ja, ich bin noch dran. Nee. Niemals. Wo ist dich, Arfe? Ui. Au. Hat bestimmt weh. Ah, stopp! Hören Sie zu. Dieser Schlüssel passt in einen bankschlussfachen Genf. Der Inhalt gehört Ihnen. Ah! Ich habe sie nicht. Verstehen Sie? Mich wollen Sie doch gar nicht. Es ist... Ah! Es ist Solomon. Hören Sie? Ich habe Informationen über Solomon. Ich weiß genau, was er vorhat. Und kenne den Zill und der Koffer. Machen wir einen Deal. Meine Freiheit. Gegen Informationen. Sie lassen mich gehen und ich sage Ihnen alles. Ich sage Ihnen, wo Solomon hin will. Ich weiß, was er vorhat. Ah! Okay. Sie und die, die übrig waren. Sie, Cole und Montez. Ich an ihrer Stelle würde jetzt an meine Freunde denken. Ich würde mich fragen, was ich hätte anders machen können. Vielleicht wünschte ich sogar, es wäre mir passiert und nicht meinen Freunden. Sie kamen also bei Kavarovs Villa an. Vor dem größten Teil der russischen Einheiten und vor allen anderen. Nicht vor allen anderen. Dima war dort oder ist er nicht. Und Sie trafen eine Entscheidung. Eine folgenschwere Entscheidung für Sie und über das Leben Ihrer Leute. Und darüber, wie weit Sie für Ihr Land gehen würden. Sie wissen einen Scheiß über die Entscheidung, die ich treffen musste. Dann erklären Sie es mir. Überzeugen Sie mich. Wir teilen uns auf, um die Villa zu durchsuchen. Ich war allein. Okay. Huh? Muss ich das jetzt verstehen? Mach keine Dummheiten. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland drei Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verschäbelt. Solomon benutzt die Bellare. Er hat mindestens zwei Ziele. New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will es sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide. Keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur zwei Soldaten, die die Wahrheit sagen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündeter Rücken an. Ich sag dir runter auf den Boden. Warum wurde ich denn jetzt gerade abgeknallt? Mann, sind die nett. Mann, 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 Mann. Wisst ihr was? Wir werden in der nächsten Folge einfach mal hinlaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.